Ich schließe die Aussprache, wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Entsendung der Fassmittel deutscher Streitkräfte zur Verstärkung der integrierten Luftverteidigung der NATO auf der Türkei. Der Ausschuss empfiehlte seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 11892, den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 11783 anzunehmen.